Hallo, danke schön, danke schön, hallo Tag allerseits, danke schön, vielen Dank, danke schön, Tag allerseits, hallo, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen bei Bob's Shop. Ich bin Nancy und ich freue mich ganz besonders, dass heute wieder so viele hier im Studio und vor den Bildschirmen zu uns gefunden haben. Meine Lieben, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unseren Großartigen, unseren Einzelartigen, wunderbaren Bob. Hallo Bob, schön, dass Sie hier sind. Oh. Hallo Nancy, wie geht es Ihnen? Oh Bob, mir geht es ganz wunderbar, aber was ist denn mit Ihnen los? Warum denn so überschwänglich? Nun Nancy, so etwas Tolles wie heute gibt es nicht alle Tage, selbst in Bobs Shop nicht. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das haut Sie um. Oh Bob, was ist denn da drin? Nicht so schnell, Nancy, nicht so schnell. Dazu kommen wir später. Verstehe. Nun Nancy, schauen Sie mal, wir alle wollen ja mal reich, schön und berühmt werden, nicht wahr? Reich, schön und berühmt. Klingt gut. Richtig, und genau darum geht es heute bei uns. Um Reichtum, um Schönheit und Ruhm. Aha. Und das wollen wir doch alle, nicht wahr Nancy? Oh ja Bob, ihr solltet das nicht wollen. Nun Nancy, es gibt ja so unendlich viele verschiedene Möglichkeiten. Um reich, schön und berühmt zu werden, da wird man ja gar nicht mehr schlau draus. Sie können Lotto spielen, an der Börse mit Aktien jonglieren, Schauspielerin in Hollywood werden, nach Ölborn. Sie können aber auch Staatsbanken überfallen, mit Drogen handeln oder sich nach oben schlafen. Aber Bob, das würde ich doch niemals machen. Ich weiß Nancy, ich weiß. Aber Nancy, ich sag Ihnen jetzt mal was. Unsere unabhängigen Forscher von Bobs Shop haben jetzt eine ganz neue und wirklich revolutionäre Methode herausgefunden, mit der wir das jetzt alles auf einen Schlag ganz einfach und unkompliziert erreichen. Und zwar hiermit. Mit unseren Köpfen? Richtig, Nancy. Denn je schlauer wir sind, desto schneller werden wir reich, schön und berühmt. Ach Bob, wie soll das denn gehen? An der Universität. Waren das nicht die Orte, die total überfüllt sind? Vergessen Sie die alten Universitäten. Das, was wir zu bieten haben, hat damit rein gar nichts mehr zu tun. Aber Bob, wie meinen Sie das? Nun, zusammen mit unseren unabhängigen Forschern von Bobs Shop haben wir jetzt etwas ganz Neues und wirklich einzigartiges geschaffen. Studium Deluxe. Mit Studium Deluxe machen wir kurzen Prozess mit den verstaubten Universitäten. Raten Sie doch einfach mal, was ich in diesem Koffer habe. Ach Bob, keine Ahnung. Bücher? Viel besser, Nancy. Halten Sie sich fest. So viel werden Sie verdienen. Und zwar schneller, als Ihnen lieb ist. Das, was Sie hier sehen, Nancy, ist die Eintrittskarte zu allem, was Sie sich schon immer erträumt haben. Das ist ja der helle Wahnsinn, Bob. Und das ist noch längst nicht alles, Nancy. Denn wir hier in Deutschland, wir starten jetzt direkt richtig durch. Schauen Sie mal hier. Aha. Überall hier kommen Sie schon in den Genuss von Studium Deluxe. Das ist jetzt schon eine ganze Menge, Nancy. Aber glauben Sie, irgendwer wird noch hier oder hier oder dort studieren wollen? Nein. Bestimmt nicht, Bob. Sie vielleicht? Aber Nancy, Gott bewahre. Und ich brauche Ihnen ja nicht zu erzählen, wie diese Karte in ein paar Jahren aussehen wird. Denn unser Ziel ist es, allen Menschen in diesem Land Studium Deluxe zu ermöglichen. Schauen Sie mal, wir haben hier einen kleinen Film für Sie vorbereitet. Die Mensa. Ohne Studium Deluxe eine einzige Massenabfertigung. Ewiges Warten in der Schlange. Unfreundliches Personal. Eine grauenvolle Atmosphäre. Und dann auch noch so ein Fraß. Widerlich. Doch nicht mit Studium Deluxe. Denn es heißt schließlich nicht umsonst. Lehrer Bauch studiert nicht gern. Sehen Sie sich nur diese Veränderung an. War die Mensa ohne Studium Deluxe noch ein Ort des Grauens, so ist sie danach nicht mehr wiederzuerkennen. Hier genießen Sie nicht nur den besten Service, sondern auch beste Qualität. Denn mit Studium Deluxe erleben Sie die gesündesten Mensamenüs aus hochwertigem ökologischem Anbau. Denn für die Elite von morgen ist das Beste gerade mal gut genug. Mit Studium Deluxe wird nicht nur die Mensa, sondern alles. Schöner. Größer. Besser. Eben einfach Deluxe. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Da sind die alten Universitäten ja überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Wie soll das nur funktionieren? Nun, Nancy, im Prinzip helfen wir den Leuten in ihre Zukunft zu investieren. Und dabei ist unser System ebenso bahnbrechend wie revolutionär. Denn, Nancy, jeder einzelne Cent, den Sie bezahlen, fließt garantiert direkt und zu 100 Prozent an Ihre Universität. Denn wo sonst wäre das Geld wohl besser aufgehoben als dort. Und zudem zu Ihrem ganz persönlichen Vorteil. Wahnsinn! Aber wer soll sich das leisten können? Das ist ja gerade das tolle Nancy. Was glauben Sie, was Studium Deluxe im Bobs Shop wohl kostet? Ach, ich hab doch keine Ahnung, Bob. Es muss Millionen kosten. Das hab ich auch zuerst gedacht, Nancy. Aber Sie werden es nicht glauben. Studium Deluxe gibt es schon ab 500 Euro. Nur 500 Euro pro Monat? Unglaublich! Aber nicht doch, Nancy. Ihre todsichere Zukunft gibt es schon ab 500 Euro pro Semester. Also ganze sechs Monate. Das ist ja der helle Wahnsinn. Wir ruinieren uns doch selbst. So wenig Geld für ewigen Reichtum, Schönheit und... Was war das dritte noch gleich, Bob? Ruhm, Nancy. Unendlicher Ruhm. Ruhm. Richtig. Genau, Nancy. Und Sie wissen ja, für Sie sind wir uns doch für nichts zu schade. Aber wie lange wir noch diesen Spitzenpreis von 500 Euro aufrechterhalten können, das wissen nur die Götter. Also, greifen Sie jetzt schon zu Ihrem Telefon, rufen Sie uns sofort an und sichern Sie sich Ihr ganz persönliches Studium Deluxe. Aber Bob, wenn wir jetzt mal von den jungen Menschen ausgehen, die, sagen wir mal, keinen Manager zum Vater haben, sind 500 Euro für die nicht ein bisschen viel? Ich meine, was Sie dafür bekommen, ist unglaublich. Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ich hab da mal was vorbereitet. Oh, da bin ich aber gespannt, Bob. Ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, dass Studium Deluxe sogar noch günstiger ist, als Sie denken. Schauen Sie mal, Nancy. So ein Student, der macht ja auch noch was anderes als studieren. Er muss essen. Etwas zum Anziehen braucht er auch. Und er muss sich Bücher kaufen. Und so eine Studentenwohnung gehört ja mittlerweile auch schon zum Standard. Und Nancy, sind wir doch mal ehrlich. Zu so einem Studentenleben gehört ja wohl auch noch die eine oder andere Zigarette und das eine oder andere Bier. Und Nancy, das alles, das kostet Geld. Aber keine Sorge, Nancy, natürlich haben wir auch dafür eine Lösung. Denn wenn Sie jeden Tag auf ein Bier und eine Zigarette verzichten, auf welchen Betrag, denken Sie, kommen Sie da wohl? 500 Euro? Richtig, Nancy. 500 Euro. Oh mein Gott. Das ist ja dann genau der Preis von Studium Deluxe. Aber es soll ja auch Studenten geben, für die das selbst auf diese einfache Art und Weise nicht möglich ist. Und dabei handelt es sich nur um 500 Euro. Oh je, die Armen. Kann man da nicht irgendwas machen, Bob? Aber natürlich, Nancy. Wir sind doch keine Politiker. Wir denken nicht nur an die Unterschicht, wir denken auch an den Boden der Unterschicht. Und wenn die Eltern schon so arme Schlucker sind und ihren Nachwuchs nicht unterstützen wollen, Nancy, dafür können die Kinder doch nichts. Und schließlich soll ja jeder seine ganz persönliche Chance auf Studium Deluxe bekommen, nicht wahr? Aber Bob, wie soll das denn gehen? Ganz einfach, Nancy. Wir zahlen alles. Nein! Doch! Unglaublich! Allerdings, Nancy, wir sind ja nicht so. Wenn Sie da draußen wirklich so arm und bemitleidenswert sind, dann helfen wir Ihnen natürlich. Und wenn Sie dann Ihren Spitzenmanagerjob haben und die Millionen nur so fließen, dann zahlen Sie Ihr Studium Deluxe ganz einfach, bequem und nebenbei mit ein paar Zinsen einfach wieder ab. Oh je, Bob. Sie sprechen da gerade von Zinsen. Aber hier, Nancy, schauen Sie mal, welche großartigen Erfahrungen die Leute schon jetzt mit Studium Deluxe gemacht haben. Hallo. Sie glauben, das kommt von ungefähr? Die Comedypreise habe ich nur gewonnen durch Studium Deluxe. Den Garant für Reichtum, Schönheit und unendlichen Ruhm. Sie glauben nicht? Schauen Sie selbst. Ist natürlich klar, dass ich mich für Studium Deluxe entschieden habe. Ich meine, jetzt sind wir endlich diese ganzen Hochschultouristen los. Gesocks. Jetzt ist es endlich möglich, in adäquater Weise gebildet zu werden. Studium Deluxe, sei Dank. Also ich bin froh, ich denke, also ohne Studium Deluxe wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Also zum Beispiel allein das, was ich da im Hafen stehen habe, das Ding da, das Riesenteil und so. Und die drei Hochhäuser und also, wenn ich an die ganzen Diamanten denke auch so teilweise. Und die ganzen Rolex-Ruhen. Und auch unsere Karriere jetzt, sowohl als Brunner in Brunner als auch Marshall und Alexander. Früher dachte ich, es bleibt bei einem Flugzeug, aber jetzt dank Studium Deluxe irgendwie, was sind das, fünf, sechs? Wahnsinn. Ja. Und ich habe auch noch eins. Ja, du hast ja auch noch eins. Also am Anfang, da war ich ja wirklich skeptisch, was das Studieren mit Kind anbelangt. Ich meine, man hat ja nicht wirklich irgendwas Gutes mal darüber gehört. Aber dann wurde mir von Studium Deluxe erzählt. Ich habe es ausprobiert. Ich bin restlos begeistert, wirklich. Ich meine, mir bleibt sogar noch so viel Geld übrig, dass ich mir eine professionelle Nanny leisten kann. Und was ist das bitte für eine Kinderbetreuung? Viel besser als mit dem Papa zu Hause. Na ja, und da das Land halt noch Nachwuchs braucht, dann habe ich schon an das ein oder andere Geschwisterchen gedacht. Bei dem Geld, was da noch alles übrig bleibt. Na, mein Schatz, da freust du dich schon drauf. Studium Deluxe ist eine der besten Erfindungen aller Zeiten. Früher war ich klein, erfolglos, hässlich und übergewichtig. Und heute? Ja, also bis aufs Studieren ist es das Beste, was man machen kann. Aber dafür kann man sich ja dann Leute mieten, die für einen lernen. Oder sogar ab und zu meine Vorlesung für einen schwänzen, wenn man es etwas lockerer angehen will. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sei schlau und studier, du tust es für dir. Da sehen Sie, Nancy. Und das können Sie auch. Alles, was Sie dazu brauchen, ist die allgemeine Hochschulreife. Und die hat ja nun schließlich jeder. Hochschulreife? Oh mein Gott, die habe ich ja auch. Eben, Nancy. Es wäre doch jammerschade, wenn Sie sich die Chance auf Studium Deluxe entgehen ließen, nicht wahr? Richtig, Bob. Und wie immer sind an dieser Stelle unsere Servicetelefone von Bob Shop live für Sie geschaltet. Wenn Sie es wie wir hier kaum noch erwarten können, dann wählen Sie schnell unsere Nummer, die wir hier für Sie daheim noch einmal einblenden. Aber Bob, sagen Sie, wir haben doch normalerweise ein paar Dreingaben. Gibt es die bei einem so überragenden Produkt wie Studium Deluxe denn gar nicht? Aber sicher, Nancy. Natürlich haben wir für die ersten 500 frischen Studenten etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und deshalb gibt es von uns für Sie nicht nur ein Bier, nein, auch eine Zigarette gratis dazu. Und zwar für jeden Tag. Nein, Bob. Wir ruinieren uns doch wirklich selbst. Aber das ist noch lange nicht alles, Nancy. Zudem legen wir noch eine European Express Platin-Karte, eine Golf-Ausrüstung und den aktuellen Chirurgen-Kompass obendrauf. Denn, Nancy, das werden Sie mit Studium Deluxe früher brauchen, als Sie denken. Oh, Bob! Nancy, wie die Zeit wieder vergeht! Sie waren ein großartiges Publikum. Vielen Dank auch an die Zuschauer daheim an den Bildschirmen. Und wir freuen uns, Sie nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen im Bob's Shop! Noch nie war Erfolg so einfach und so günstig zu haben wie mit Studium Deluxe. Und wenn Sie uns jetzt anrufen, erhalten Sie exklusiv in Bob's Shop nicht nur eine Zigarette, sondern auch ein Bier gratis dazu. Und das für volle sechs Monate, Tag für Tag. Außerdem erhalten Sie neben Ihrem täglichen Bier und Ihrer täglichen Zigarette eine komplette Golf-Ausrüstung gratis dazu. Denn wenn Sie sich einfach und bequem Ihrem künftigen Hobby nähern, wird Ihnen diese hochwertige Golf-Komplettausrüstung enorm behilflich sein. So können Sie nicht nur Ihr Handicap verbessern, sondern auch bereits die ersten Kontakte für Ihr künftiges Arbeitsumfeld knüpfen. Als einer der ersten 500 Anrufer erhalten Sie zudem den aktuellen Chirurgen-Kompass gratis dazu. Und natürlich enthält der komplette Katalog ausschließlich nach dem goldenen Skalpell geprüfte Experten, die nur auf Ihren Anruf warten. Egal ob zum Geburtstag, als Überraschung oder einfach so für zwischendurch. Ein Anruf genügt und schon kann es losgehen. Und das Beste? Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie noch Ihre erste Wunsch-OP gratis dazu. Und das ist immer noch nicht alles. Ihre persönliche European Express Platinum-Karte legen wir von Bob's Shop für Sie auch noch obendrauf. Wenn Sie sich dank Studium Deluxe all Ihre Träume erfüllen werden, ist die European Express Platinum-Karte Ihr idealer Begleiter für unterwegs. Und schließlich wird Ihr neues Schmuckstück nicht an jeden verteilt. Weshalb wir von Bob's Shop auch ganz besonders stolz sind, Sie unseren ersten 500 frischen Studenten anbieten zu können. Holen Sie sich, was immer Sie wollen. Einfach und bequem mit der European Express Platinum-Karte. Und wenn Sie sich jetzt für Studium Deluxe entscheiden, legen wir von Bob's Shop dieses Exklusivpaket für eine Zukunft ohne Sorgen und ohne jedes Risiko noch einmal obendrauf. Also lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und rufen Sie uns sofort an.